Wir protestieren auf allen Vieren für unsere Schule, denn es ist die Kuhle. Also ich wollte nur mal kurz noch fragen, dass ich schon ein bisschen enttäuscht von der Regierung bin, weil sie uns einfach überhaupt nicht verstehen, dass wir unsere Schule richtig lieben und uns einfach nicht respektieren, dass es auch unsere Schule ist. Und ich glaube, dass sie das nicht wertschätzt. Und ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht sehen, dass wir in unserer Schule total glücklich sind und alles für sie machen würden. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht das Verständnis für machen kann. Ich bin einfach nur in Freude.